Am 8. dieses Monats blieb endgültig für alle sichtbar vom Gewissen und der Menschlichkeit Europas nur noch rauchende Asche übrig. Es macht traurig, es macht wütend, dass Europa und unsere Regierung seit Jahren zuschaut oder aktiv in diesem menschenverachtenden System mitmacht. Und Moria ist nur die gerade bekannteste, dokumentierte Spitze eines europäischen und deutschen Versagens. Die Immigranten. Die Immigranten. Die Immigranten. Die Immigranten. Die Immigranten. Die Immigranten. Sie können das auch von der Europäischen Union sehen. Nach den neuen Kommissionern haben wir eine Kommission für Migranten. Sie nennt sich die »Protecting der Europäischen Art der Leben«. »Wann haben wir meine Lebensigkeit? « Alle zusammen gegen den Faschismus! Aber das Gleiche kann auch passieren mit den Migranten. Der Problem ist, dass wir, oder die Politiker, wollen wir eine Art von Leben, die nur sie haben in ihrem Kopf. Ich weiß nicht, welcher Art von Leben ist, aber es ist sicherlich nicht mein Art von Leben, und ich hoffe, nicht dein Art von Leben. Stop Deportation! Stop Deportation! Alle! 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 nicht nur in Griechen, aber auch in Italien und in Spanien und dann auch die restlichen. Ich weiß nicht, zumindest müssen wir versuchen. Und das beginnt von Tamera. Seitdem brandt in Moria jede Entscheidung zur Aufnahme von Geflüchteten verzögert. Aber Seehofer, sei doch kein Horst! Was sind 1500 gegenüber von 40.000 Geflüchteten auf den griechischen Inseln? In Deutschland stehen laut dem BBSR 1,94 Millionen Wohnungen leer. Wenn man ungefähr 500.000 Wohnungen für Wohnungslose abziehen würde, bleiben immer noch mehr als 1,4 Millionen Wohnungen. Der Platz ist da! Deutschland ist auf Platz 7 der reichsten Länder Europas. Finanzierung sollte also auch kein Problem sein. Deutschland, wo ist dein Problem? Also, es ist immer noch nicht das Problem, wenn wir ein Platz haben. Ein Platz haben wir für alle. Wir leben auf einem Planeten, also gibt es ein Platz. Der Problem ist, dass wir nicht die Willen, als Politiker, als Staten, wir nicht die Willen, um die Leute zu integrieren, um sie zu geben, um sie zu geben, um sie zu geben, um sie zu geben, um ihnen eine bessere Weg zu leben. Ja, die meisten von ihnen, vielleicht, vielleicht, dass sie nicht aus einer Wurzone kommen, aber auch, dass sie in der Pobenz leben, um sie zu geben, um sie zu geben, um sie zu geben. Also, dass sie mehr Probleme in ihrem Land haben, um sie zu geben.